Wir sind wir wieder und der Luca, du saßt erst, mach sofort weiter und du lagerst mir schon wieder in die Begrüßung rein. Ganz im Ernst. Ich hab's auch gemacht. Ja. Vorletzte, letzte. Junge, pass auf. Pass auf. Nein! Ja, also, moin Leute und herzlich willkommen zurück. Oder wieder da. Ich weiß es ja nicht. Hast du es nicht gerade schon gesagt? Keine Ahnung. Ja, wir sind ein bisschen verwehrt diesmal. Wir wollen jetzt ja immer noch weiter an unserem Haus. Hast du einen Timer gestellt? Schon wieder vergessen. Danke, Herr Mücker. Boah, ich bist so tot. Meine Fritilo. Also, da können wir eine Minute von Abziehen. So, jetzt läuft er. Jetzt läuft er. Vier, fünf. Ja, da ziehen wir ungefähr, wie lange war das jetzt? 30 Sekunden von ab, okay? Ja, dann mach das. 30 Sekunden musst du draufrechnen. Ja, so. Ja, mach irgendwie. Wie? Mit langen I. So, okay. Bla, 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 bla. Ich glaube, es wird gleich wieder Zeit für so ein kleines Lied, ne? So ein kleines Ständchen. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja. Ja. Was denn? Ich weiß es noch nicht genau. Alle meine Äntchen? Das kann ich nur. Ich kann nur das. Weil anders kann ich gar nicht. So, die ist noch im Axt drin, ne? Die machen wir dann mal so. Okay. Okay, ich muss... Wenn du eine Pilzku siehst, sag mal Bescheid, ne? Machen wir so eine Trennwand durch? Ja, ne? Doch, klar. Nein. Doch, klar. Ja, kannst du ja machen. Hä, wir haben im Haus auch überall Trennwände. Ja, mach einfach, ey, boy. Ja, ist doch so. Zwei Typen. Ja, warte mal. So, das sieht schön aus. Das sieht echt schön aus. Chicken. Ihr könnt jetzt... Komm her, chicken. Ach, diese endlose, weite Sicht. Boah, die Farse, die woher. Guckt euch das an. Da hinten schimmert nix. Hier können wir auf unsere kleine, aber schöne Landschaft schauen. Und diese Musik im Hintergrund. LOL. LOL. Ich hab einfach ne Truhe hier gefunden. LOL. Ich hab ne Truhe gefunden. Das ist unsere Bundesruhe. Ja, die ist hier. Ja, hier ist auch richtig viel Zeug drin. Richtig viel... LOL, die haben wir gar nicht aufgemacht. LOL. 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 Zack. Zack. Zwei. Okay, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und der Wegmann kann ich auch gut brauchen. So. Ab dafür. So, wir müssen auf jeden Fall heute noch in die Höhle gehen. In die Höhle. Oder in... In die... Steinwelt. Ja, dann gehen wir in die Steinwelt. Na, ich muss irgendwann ein Haus fertig machen. Und ich esse mal Apfel, Apfel, Sonnenmaschinen. Heute kann es regnen, Stürme oder Stein, denn du strahlst da selber wie der Sonnenschein. Darum feiern wir es... Alter, was machst du da? Ja, komm einmal jetzt. Bist du ready? Warte, warte, warte. 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 Okay. Le, mei, ne, en. Ah scheiße, das war falsch. Das war falsch. Mit dem kann man echt nicht eh. Ja, pass auf, nochmal. Ja, warte. Na, los. Los. Was ist ja gar nicht mit dir so klein da. Sollte ich? Ja. Soll ich das hier auch mal, warte mal. Ich baue das hier auch ein bisschen aus. So, warte, warte, warte. Hm. Ob die Treppe jetzt abgeht? Schreibt's in die Kommentare. Schnell! Ja. Nein. Was machst du denn? Ja, wonach sieht's aus, wenn du da? Wonach sieht's aus? Ja, genau. Das kannst du schon mal machen. Hm. Ne, ich brauche mein Holz selber. Ja, ich bin ja fertig mit der Wohnung. Ja. Mit der Wurzel da. Mit dem Zimmer. Ich muss noch mein Bett in vieren setzen. Ich mach mir natürlich eine eigene Werkbank. So, mal gucken hier. Ah, kein Holz mehr. Was ist denn hier? Was gibt's denn hier noch? Schön. Ja, das ist er. Das ist Gustav. Meine Damen und Herren. Gustav. Gustav. Nee, Gustavo. Gustavo. Ich muss noch mal schlafen gehen, Luca. Okay. Tschüss. Mach. Bob, der Meister. Okay. Hallo. Gut. Ja, lass den Kack doch. Ich will dich nicht sehen, wenn ich schlafe. Junge, 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 Junge. Okay, ich hab mich schlafen gelegt. Und du wolltest dein Holz nicht verschwenden. Du liegst gar nicht. Ich seh' das doch. Ich seh' das doch. Klar. Jetzt liegst du. Ja, genau. Jetzt liege ich. Mein Gott, ey. Was ist denn hier los, ey? Blabibu. Aufstehen. Tschüss. Dann hast du auch ne eigene Truhe in dein Zimmer. Ja. So cool wenn ich so war. Mal gucken. Zack, zack, zack. Der passt genau. Der passt genau. Okay, dann willst du sein, lass uns gleich in die Höhle gehen, oder? Junge, ich hab deinen Tür zerstört. Was hast du gemacht? Ich hab deine Tür zerstört. Ey, warum machst du meine Tür kaputt? Lass die Tür liegen. Ich brauch Holz. Lass die Tür. Ja, tu da hin. Boah, ey. Ist der zu doof und zerstört einfach eine Tür hin. Ich soll, ich soll sein Zimmer in Ruhe lassen, ey. Ja, warte doch mal hin. Ich brauch Holz. Ich hol ein Holz. Ich hab noch 33 hier. Oh, sag das. Mach mal ein bisschen. Jetzt kannst du hinlaufen. Ja, dann tu das in die Türen rein. In die... Warte, in die... Warte hast du? In die Türen? Ja, halt da drunter. Junge. Er ist doch. Merkst du selber, ne? Lalalala. Bi badababub. Badabababub. Bup. Machst du auch eine Tür in dein Zimmer? Jawohl. Mal guckt euch an. Das Hündchen da... Kehl das? Nein. Das hat ein Ei gelegt. Das kann ich ja mit werfen, ne? Guck wohl. What's up? Hallo? Haben wir die noch irgendwo? Das ist doch noch was in der Tür drin. So, jetzt muss ich aber wirklich das abbauen, sonst hab ich hier gleich Probleme. Geld? Hier ist die Hürde. Ich muss die Hürde. So, hab ich auch zwei Becken. So, noch in die Fackeln nehmen. Hast du eine Hürde? Bist du gar schon in der Hürde drin? Nein. Siehst du mich? Warte, ich komm her. Wir bleiben einfach stehen. Da brauchst du noch Essen nicht mit dem Essen mit. Hast du... Ich will nicht in die Hürde. Ich will nicht in die Hürde. Ja, dann tu da... Dann tu da in die Talia und dann gehen wir da gleich hin. Ich will aber nicht in die Hürde. Ihr musst doch aber. Warum? Ja, okay. Willst du nicht? Nö. Ja, okay. Dann hol ich mir Rüstung für mich alleine. Ja, Mama. Das kannst du machen. Ne, Samma. Samma. Warum willst du ja nicht mit? Der hat Angst bestimmt. Hab ich auch. Ich muss niesen. Ja, komm. Wie... Wie... Wie ging euch zusammen in die Hürde? Haben wir den versprochen, dann machen wir das. Was wirst du denn? Okay. Wo bist du denn eigentlich? Was wollte ich? Ja, ich bin in meinem... In mein... Ding. Also in mein... Ding. Ich hab hier meine Wohnung. Von... Okay. Warum sind ganz viele Stäbchen? Oh, einfach einfach da hin, ey. Hieß Holz, oder? Oh... Wie viel Holz hast du noch? 37. Okay, gut. So. Brauch ich aber selber. Ich hab selber. Ich hab jetzt 40. Hattest du jetzt 40 Stäbchen. So, wir können gehen, wenn du willst. Wenn du nicht. Wo ist denn die Hürde? Das ist aber keine richtige Hürde, ne? Da geht so ein Stück rein, aber da musst du weiter bauen, ne? Wo Wasser ist da? Oder was? Nein, ich bin da. Nein. Ja, zeig einfach mal her. Und wie lange haben wir denn jetzt schon aufgenommen? 10. Nein, ich brauch das nicht. Ja, das brauch ich auch nicht. Warte, ich geh mal weg. Ich tue einfach mal alles in meine Tour rein. Hier ist noch eine Karte drin. Und da guck ich dann, was ich brauch. Werden wir jetzt selber... Nein. Ach, die Tour ist schon voll. Oh Gott. Alles klar. Ah, der hat die mitgenommen. Nein, das ist ein großer Tour. Ach stimmt. Komm jetzt, zeig mir was ist hier. Ich brauch auch eine große Tour. Was denn? Das ist das so. Ich kann mal brennen. Die brauchen wir hier. Die brauchen wir hier. Vier da hin so. Ein, helfe nehmen. Tag. So, ich glaub ich bin ready. Ich bin auch. Hast du Essen mit? Wie viel Essen hast du mit? Gar nichts. Ja, ich hab wohl... Hast du genug? Brauche ich noch was mitnehmen? Ja, am besten noch eine Werkbank mitnehmen. Wer will denn uns da hinten annehmen? Eine Karte hol ich mir dann. Eine Werkbank. Eine Werkbank. Eine Werkbank. Habe ich sogar hier noch im Lager? Im Lager. Ja, im Lager. Ja. Okay, wir sind jetzt Höhe 64, Alter. Okay. Zack. Okay, wir können gehen. Habe ich noch irgendwas mit mir getan, was ich... Nein. Okay, wir können gehen. Zeig mir, wo die Höhle ist. Alles klar. Geh einfach durch. Wow. So, jetzt hier links. Ja. Ja. Und jetzt... Muss ich an selber gucken. Ich laber das ganze Zeit rum. Ja, hier. Tada. Ja, okay, komm. Okay, komm mit. Lol, hier geht's ja gar nicht weiter. Hab ich doch gesagt. Okay, kann man sich dahinter... Ja. Jawohl. Jawohl. Meine Karol, hol. Jawohl. Wohin. Muss ein Karol holzeln. Ja, Luca mach mal weiter. Jo. Komm mal zu mir hin, dann kannst du auch die Folge beenden. Ja, kann ich ja nicht. Du nimmst doch auf. Nein, wir beenden erst einfach die Folge. Ja, wir melden die Folge jetzt einfach. Wenn ich meine Kontrolle finde, da. Haut rein und tschüss. Nächstes Mal gehen wir in die Höhle. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss.